Hallo und herzlich willkommen, hier ist Biti, euer Bitcoin Trading Informant. Es geht heute aber mal wieder um Solana. Ist schon eine Zeit her, dass ich ein Video gemacht habe, aber ganz wichtiger Punkt, denn jetzt könnte bei Solana doch einiges passieren und wir schauen uns das gemeinsam an hier. Solana ist in Top 5 drinnen, super, geht aber mehr runter als die anderen Top 5. Schaut mal hier, Solana minus 7% in 24 Stunden, die anderen Coins trifft es nicht ganz so hart. Was ist denn eigentlich los jetzt bei Solana? Wir sind ja gut nach oben gegangen und schauen uns jetzt mal an. Coin Codex, immer wieder mal so ein ganz, ganz schneller Punkt, wo man drauf schauen kann, die Prediction. Was sagen die Jungs, wo könnte die Reise hingehen? Wir machen da eine genauere Analyse. Ja, aber die Prediction, die sagt uns nämlich voraus, hier in dem 5-Tagesgeschehen geht ein bisschen seitwärts. Im Monatsgeschehen sagt es uns, ja, ein bisschen bergauf Richtung 200, aber in den nächsten drei Monaten spielt sich hier nicht viel ab. Wir sollen hier so irgendwie ein bisschen seitwärtsgurken, bis wir dann endlich in der 6-Monats-Prediction mal nach oben schießen und hier sowieso mal nächstes Jahr im April auf die 400 Dollar gehen. Also die Zukunftsaussichten, die uns hier so Coin Codex zeigt, die sind jetzt momentan wirklich gut. Der Fear- und Greed-Index ist neutral, lässt ausschließen, vielleicht, dass wir hier schon mal schön nach oben geschossen sind, jetzt mal aber eine richtige Klatsche bekommen haben. Also, jetzt mal rein. Wir sind hier in der Analyse. Solana, wir starten mal im 4-Stunden-Chart. Da unten haben wir schon den MACD und den RSI. Und wenn wir jetzt nur mal ganz blind links auf den RSI gehen, ist hier eigentlich eine gute Kaufchance. Ganz einfach, ganz schnell. Kaufchancen, die Kaufchancen sind immer dann da, wenn wir unten beim RSI unter den 30 Punkten hier sind, dann ist es meistens eine gute Kaufchance. Wenn wir über 70 sind, sind wir überkauft und dann ist die Verkaufschance da. Wenn wir unter 30 sind, ist die Kaufchance da. Da sind wir dann überverkauft. Das ist mal so ein schneller, großer Indikator, den man sich hier näher hernehmen kann. Wir sehen hier auch, wir sind hier an dieser gelben Linie entlang, nach unten abgeprallt, jetzt aber in den überverkauften Bereich gekommen, im 4-Stunden-Chart. Achtung, das würde heißen jetzt, gar nicht mal so schlecht da unten, hier bei 170, 168 sind wir gerade, einen Kauf zu wagen. 4-Stunden-Chart. Der MACD, wenn wir uns den hier anschauen, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, denn wir sehen es immer wieder. Nachdem wir nach roten, tiefroten Balken, hellrote gebaut haben, ist die Möglichkeit da wieder schön nach oben zu gehen. Aber Achtung, wir sehen es auch hier. Das war gut, da war der Cross. Blaue Linie über diese orange Linie. Gute Möglichkeit nach oben zu gehen, war auch so. Momentan sind wir weit auseinander, wirklich weit auseinander zwischen diesen beiden Linien. Das ist nicht so ein gutes Zeichen. Die Balken werden zwar schon hellrot, ja, aber der große Gap hier inzwischen, das ist nicht so schön. Und wenn wir uns jetzt nur mal so rein hier, jene Kerze, 4 Stunden, dieses Diagramm hier anschauen, was sehen wir denn als erstes Mal, bevor wir irgendwas machen? Ja, ganz einfach. Wir sehen hier ein abgeschlossenes W-Pattern. Wir haben es perfekt abgeschlossen. Es war hier der Startpunkt. Und was ist passiert? Wir sind perfekt hier nochmal hoch, ein bisschen über den Startpunkt sogar. Und von hier wieder nach unten abgeprallt. Also abgeschlossenes W-Pattern. Die Welt ist wieder offen im 4-Stunden-Chart für sonstige Geschichten. Sonstige Geschichten. Was geht hier im 4-Stunden-Chart noch ab? Tja, einmal ganz, ganz groß und fett hatten wir hier ein Dreieck, das sich gebildet hat. Und aus diesem Dreieck sind wir ausgebrochen. Das Dreieck hat genau so ausgesehen. Und das, was wir jetzt sehen, Ausbruch nach oben, da sind sicher sehr viele Long gegangen. Dann Retest. Da sind erst recht noch mehr Long gegangen. Berechtigt. Wieder nach super oben gegangen. Und Achtung, jetzt wieder nach unten. Nochmal der Retest. Wir machen schon einen doppelten Retest hier bei Solana, um hier aus dieser Dreiecksformation im 4-Stunden-Chart nach oben hin auszubrechen. Also, jetzt vielleicht die große Kaufschoss. RSI zeigt uns, wir sind gerade überverkauft. Und der doppelte Test hier, nach oben zu gehen, tja, durchaus eine schöne Möglichkeit. Aber, was sehen die alten Augen von Biti noch hier? Schaut euch das mal an, nicht so schön. Die kommen von unten nach oben, kommen nach unten, kommen hier nach oben, kommen hier nach unten, kommen hier vielleicht nochmal nach oben, und dann nach unten. Das wäre eine Head. Blödsinn, hier ist der Head. Hier ist die Shoulder, die linke Schulter, hier ist die rechte Schulter. Eine Shoulder-Head-Schoulder-Geschichte, wo wir nochmal ohne Probleme hier auf den unteren Bereich gehen könnten, die nächste große Kaufschoss. Tja, ich weiß, wenn ich euch sagen könnte, jetzt alle rein damit, dann wäre das Leben zu einfach. So einfach ist es nicht. Ich zeige euch heute hier die Möglichkeiten, die sich jetzt im 4-Stunden-Chart ergeben und die Punkte, auf die wir wirklich ganz genau aufpassen müssen. Erstens mal können wir bei den 165 drüber bleiben, hier bei dem Dreieck, und dann nächste Möglichkeit hier unten. Falls wir echt nochmal nach unten ausbrechen, können wir dann hier unten, irgendwo hier unten bei 123, 126, 130, eine neue Long-Position starten. Wenn das hier so passiert ist, schon ein bisschen Glaskugel lesen, ich weiß schon, Shoulder-Head-Schoulder, die rechte Schulter ist noch gar nicht da. Was sagt uns das Ganze hier eigentlich? Bitte ist ein bisschen zu sehr in der Zukunft. Nein, ich halte mir einfach nur mal alle Geschichten hier offen und ich sehe das abgeschlossene W-Pattern und ich sehe hier unten die schöne Kaufmöglichkeit, hier gerade schön nach oben abzuprallen. 4-Stunden-Chart. Wir würden hier noch viel, viel mehr sehen im 4-Stunden-Chart. Machen wir aber nicht. Wir gehen in den Tages-Chart. Also, bleiben wir mal hier, gehen wir in den Tages-Chart hinein und schauen wir mal, was geht hier im Tages-Chart so ab und im Tages-Chart gibt es nicht nur den Ausbruch aus dem Dreieck, klar zu sehen, es gibt noch etwas zu sehen und zwar einen schönen parallelen Aufwärtskanal. Können wir auch so seichnen von hier nach hier und dann nach oben auf den höchsten Punkt und was sehen wir hier? Das hier war der perfekte Punkt, um zu verkaufen oder Short zu gehen. Wir sind nämlich in diesem schönen parallelen Aufwärtskanal, der eine super Wertigkeit hier hat, wunderschön nach oben gegangen, in der Mitte ein kurzer Kampf, nach oben und jetzt möglicherweise hier noch ein bisschen runter entlang der Mittellinie, dann wieder nach oben, das ist die große Frage. Im Tages-Chart haben wir nämlich die Situation nicht so schön wie im 4-Stunden-Chart und deswegen immer wieder, Achtung, schaut euch auch mal ein bisschen die größeren Entwicklungen an, so wie hier. Was sehe ich hier im MMCD? Im MMCD sehe ich, Achtung, wir gehen seit da oben runter, hellgrüne Balken, jetzt sogar rote, der Cross ganz gefährlich hier im MMCD, sehe ich gar nie gerne und der zeigt uns eine Möglichkeit an, dass es hier noch um einiges weiter runter geht, genauso wie hier beim RSI im Tages-Chart. Hier war man überkauft, runter, hier nochmal bei der gelben Linie der Versuch nach oben zu kommen, zack, der Cross und wir gehen nach unten Richtung Mittellinie, viel Luft nach unten, auch hier kann wieder viel passieren beim Solana, also hier jetzt so blind links eine Long-Position aufzumachen, nur aufgrund des 4-Stunden-Charts, meiner Meinung nach nicht ungefährlich, muss man auch ein bisschen im Auge behalten. Was sehen wir, wenn wir uns überhaupt das Ganze mal übergeordnet anschauen, so im Wochen-Chart? Der Wochen-Chart hat für mich eine der größten Bedeutungen, denn im Wochen-Chart bauen wir gerade hier so einen Riesen, eine Riesen-Formation und diese Riesen-Formation ist ein Riesen-Reich, ein Riesen-Reich von hier unten nach hier oben und wir sind momentan hier ziemlich oben bei den 200 bei einer fetten Widerstandslinie angelangt. Das ist so eine Riesengeschichte, die wir hier gerade aufbauen und natürlich auch hier wieder, was sagt uns der MACD hier, wenn wir das im Wochen-Chart anschauen? Gefällt mir nicht, ist zwar hier besser geworden, ja, ihr seht es hellrot, aber Achtung, da haben wir noch einen Gap und wir sind noch nicht gekreuzt, wir sind noch immerhin in der Position hier beim MACD, blaue Linie unter dieser Orangen-Linie und hier auch beim RSI und das wird interessant jetzt. Das wird jetzt wirklich interessant im Wochen-Chart, schauen wir uns genauer an, hier sind wir momentan beim RSI und wenn das hier wirklich so weitergeht und wir wieder nach unten crossen, es nicht schaffen, von hier nach oben abzustoßen, dann könnte es vom RSI her gesehen wirklich nochmal richtig fett mit Solana nach unten gehen. Da bin ich auch darauf vorbereitet, summa summarum bin ich in einer super long und ist alles gut und bin ich in guter Hoffnung, ich habe hier bei 20 unten eingekauft, es ist eine super long Position nach wie vor, aber hier geht die Party jetzt richtig ab, wir müssen aufpassen, was passiert hier mit dem RSI. Geben wir mal das Ganze nochmal raus, gehen wir mal alle Drohings weg, gehen wir nochmal überhaupt alles raus, holen wir uns mal einen anderen Indikator dazu, den ich mir auch immer wieder ganz gerne nehme und zwar der Golden Cross Death Cross. Schauen wir uns das hier mal an, im Wochen-Chart, nicht aussagekräftig, gehen wir in den Tages-Chart und im Tages-Chart sind wir nach wie vor im Golden Cross. Der war hier, ganz genau hier. Wir sind hier momentan ein bisschen am herumgurken mit der grünen, haben die grüne Linie hier zurückgeobert, perfekt angetestet, zurückgeobert und sind jetzt drüber. Das schaut gut aus. Grüne Linie über roter Linie, momentan kein Death Cross in Sicht bei Solana, das ist wiederum positiv. Im 4-Stunden-Chart, Golden Cross war hier, auch hier sind dann vielleicht einige long gegangen, aufgrund der Kreuzung hier, was positiv ist. Hier hatten wir die grüne verloren, wieder nach oben und jetzt haben wir sie definitiv bestätigt, öfter schon verloren. Rote Linie, Unterstützungslinie und die ist jetzt im 4-Stunden-Chart unten bei 157 und das ist jetzt momentan 158, je nachdem wann wir vielleicht da draufknallen. Einer der nächsten Punkte, auf die wir so schauen können, sollte es hier im 4-Stunden-Chart nochmal weiter nach unten gehen. Eines schauen wir uns noch an, bevor wir das Ganze hier auch schon wieder beenden und zwar den Linear Regression Channel und dieser Linear Regression Channel, dass ich es rausbringe, zeigt uns momentan Folgendes an, wir haben den schönen Aufwärtskanal, diesen Kanal leider nach unten jetzt gerade durchbrochen im 4-Stunden-Chart, negatives Zeichen, sehr negatives Zeichen. Im Tages-Chart sind wir in dem schönen Kanal drinnen, Richtung Mittellinie, ja, habe ich euch gezeigt, positives Zeichen und im Wochen-Chart sind wir sowieso bei Solana super bullish, wenn wir uns genau diesen Kanal anschauen, Mittellinie haben wir hier gekämpft, zurückgeobert und wir sind weiterhin auf dem aufsteigenden Ast. Auf dem aufsteigenden Ast, dass ich es rausbringe. Also, summa summarum, gefällt mir das Ganze ganz gut. Jetzt ist noch eines, natürlich, der Fibonacci, der muss auch noch her, weg mit den Indikatoren, schauen wir uns das Ganze hier noch an, holen wir uns den Fibonacci dazu und zwar den Fibonacci hier von ganz vorne, vom höchsten Punkt runter hier zum tiefsten Punkt und dann sehen wir folgendes, hier Fibonacci hat eine super Wertigkeit, Fibonacci hier wirklich, der große Fight hier mit der 0-2-3-6 Fibonacci, dann hier langer, langer Fight mit einem schönen Dreieck, das nach oben ausgebrochen ist, 0-3-8-2 Fibonacci, hier kleiner Fight, hier überhaupt nicht viel Fight und hier das Bike nach oben, perfekt auf die 0-7-8-6, einer der wichtigsten Widerstände, von dem es dann wieder nach unten ging, Fight, Fight, Fight und jetzt sehen wir es schon, der nächste große Fight hier, 168, das ist momentan so eine der Geschichten, wo wir so drinnen sind und wenn wir uns das so anschauen, kriege ich da irgendwie die Zahl hin, da ist sie, die 163, die 163 ist der große Support, das ist nämlich die 0-6-1-8 Fibonacci, die gilt es zu halten, wenn wir uns den Fibonacci anschauen, von hier nach oben auf Richtung 205, das wäre schön, wenn wir uns wie gesagt hier den Fibonacci anschauen. Leute, das war es für heute, ich bleibe hier mal mit der Geschichte bei euch, zum Schluss, ja, hier die 430, nächstes Jahr im April, why not, ansonsten geht es hier ein bisschen seitwärts, laut Coin Codex, durchaus möglich, ich glaube aber, wir sehen hier ein bisschen mehr Preis-Action als das Ganze hier, vergesst nicht, Dreieck, W-Pattern, hier übergeordnetes W-Pattern, habe ich ganz vergessen, Tageschart, übergeordnetes W-Pattern, Ziel wäre noch nicht erreicht, Ziel wäre, ihr wisst es immer wieder, der Startpunkt hier, und der wäre so bei 210 in etwa, knapp 208, hätte man auch ein bisschen Luft nach oben. Ja, das war es für heute, Dankeschön fürs Zuschauen, Meinungen, rein in die Kommentare, gefällt mir, freue ich mich immer drüber, gefällt mir nicht, auch schön, denn alles ist besser, als keine Kommentare, oder kein gefällt mir, oder kein gefällt mir nicht. Dankeschön, macht es gut, und nicht vergessen, mein Livestream, ich bin ja online, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, auf YouTube und auf Twitch, mit Bitcoin Trading Informant, das seht ihr alles in live, wohin die Reise geht, mit den Signalen, und so weiter und so fort, macht es gut, tschüss und ciao, euer Biti, euer Bitcoin Trading Informant, heute wieder mal, euer Solana Trading Informant, Ciao Leute.